Um herauszufinden, ob ein Mädchen oder Femal sind, müssen Sie in den Unternehmens schauen. Mädchen haben zwei Größe. Ein kleineres, das ist der Ende. Und ein kleineres, das ist der Ende. Und ein kleineres, das ist der Ende des Genitals. Um bei den Delfinen Männchen und Weitchen unterscheiden zu können, müssen wir ihn in unserem Bauchbereit betrachten. Männchen haben zwei Halten. Eine kleine, die den Hafter umfasst. Und eine etwas längere, in dessen jüngeren sich die Genitalien befinden. Die sogenannte Genitalweite. Die sogenannte Genitalweite.